Wer ist denn besser? Wir haben das schon wieder gesehen gegen Torben. Wer ist denn besser im Moment? Messi hätte ich, ich hätte natürlich Messi genommen. Das ist für mich immer einer der Größten. Er ist ja göttlich. Ronaldo ist ein normaler Typ. Aber der andere, der Messi ist göttlich, was der alles macht mit dem Ball, das kann Ronaldo nie. Aber gut, da gehen die Geister auseinander. Ich weiß nicht, was da geht. Oder wie er geschoben wurde. Ich weiß das nicht. Aber ich hätte Messi genommen, auf sicher. Hundertprozentig. Jeder hat seine Macken. Und ich will die Einsamme, die so mit Geld zugestopft wird. Auch wie andere Leute. Auch das sehe ich ja hier auch beim HSV sogar. Da sind natürlich Leute, die jetzt Geld haben, die denken, sie sind was Besseres. Und das geht einfach nicht. Aber wie gesagt, die Welt hat sich da so hingerollt, in meinen Augen. So ist er. Da kannst du nichts mehr merken. Und ich sage, ist er da wieder. Bis zum nächsten Mal.